Hi Leute, ja, ihr seht hier im Hintergrund das Residenzschloss, ja, da waren wir gerade eben noch beim Creator Day, aber jetzt sind wir im Ludwigsburger Riesenrad, ein wunderschöner Abschluss für einen wunderschönen und eignisreichen Tag und mit dieser wunderbaren, geilen Aussicht werden wir euch jetzt voll den Rest des Abends entlassen. Ja Leute, bye. Bleibt cool, bye bye. Ach tu, okay. Ah, mein Blät, wie ich bin. Grüße gehen raus an euch alle Leute. Ciao.